Ja, dann schönen guten Tag zusammen. Was soll man großartig sagen, wenn man neuer Cheftrainer wird bei einem Traditionsverein? Ich glaube, das brauche ich nicht herausheben, gerade in der Region, die Bedeutung des 1. FC Nürnberg und gerade auch für die Fans. Ich glaube, das war mit ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich bei der Auswahl meines neuen Arbeitgebers. Dass ich eben weiß, dass hier in Nürnberg der Fußball gelebt wird, dass Emotionen dabei sind. Und dass es eine schwierige Situation ist, da brauche ich nicht darauf hinweisen. Da braucht jeder nur auf die Tabelle gucken. Aber das ist gerade der Reiz, der es ausmacht, nach Nürnberg zu kommen. Ich denke, dass ich mir die Aufgabe hätte leichter machen können oder das neue Aufgabengebiet leichter hätte machen können, indem ich dachte, ich mache was Sicheres oder ich warte weiter ab. Aber es brennt wieder, es ist wieder das Feuer da und als der 1. FC Nürnberg spricht der Martin Bader mich gestern Abend kontaktiert hat, nachdem mir schon sehr voreilig darüber berichtet worden ist, dass ich schon fast auf der Matte stehe. Das hat mich wirklich, ich habe das glaube ich auch einen ihrer Kollegen am Telefon gesehen, hat doch ein bisschen irritiert. Ja, weil ich eigentlich nichts davon halte, wenn ein Kollege von mir noch im Amt ist und darüber schon gerichtet worden ist, ohne dass es offiziell bestätigt ist, war ich da sehr irritiert. Deshalb bitte auch da ein bisschen um Vergebung, dass ich gestern nicht mehr ans Telefon gegangen bin, weil das ging mir da ein bisschen zu weit alles und viel zu schnell. Weil ich bin eigentlich dafür da, dass wenn Fakten geschaffen worden sind, dann stelle ich mich gerne. Vorher allerdings nicht und es tut mir auch leid, wenn ich sehe, dass er Michael Oenning seinen Posten jetzt räumen muss, obwohl ich davon profitiere. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, der Michael hat im letzten Jahr hier eine hervorragende Arbeit abgeliefert, die darin gemündet ist, dass der Klub überhaupt wieder Erstliga spielen konnte. Ja, dass ich jetzt davon profitiere, dass es zum Schluss leider oder jetzt zum Ende der Vorrunde nicht mehr so gelaufen ist. Gut, das kann man als Glück bezeichnen. Ich denke einfach, dass ich dem Michael hier an dieser Stelle erstmal für seinen weiteren Weg alles Gute wünsche. Ich hoffe, dass sich das, was er angefangen hat, denn ich glaube, es ist eine gewisse Philosophie eingezogen auch dadurch, dass man beim Klub wieder auch verstärkt auf jüngere Spieler gesetzt hat. Das ist nicht immer der Weisheitsletzter Schluss. Die müssen auch gut geführt werden, diese jungen Spieler. Gar keine Frage, da braucht man auch den aneinander Fahnen dafür. Ja, aber ich glaube, dass das der Weg ist, den der Klub beschreiben kann und wird. Und wer meine Vergangenheit kennt, weiß, dass das auch immer so ein bisschen meine Philosophie war bei dem Verein, wo ich gearbeitet habe. Deshalb passt es. Und jetzt wollen wir die Aufgabe angehen und ich denke, die 17 Spiele, da müssen wir Feuer reinbringen, da müssen wir Leben auf den Platz bringen und dann gucken wir mal, ob wir das nicht doch hier zum guten Ende bringen. Das, was wir uns, denke ich, alle wünschen und für die Region, denke ich, auch sehr, sehr wichtig ist.